Laura Pinsky tritt an mit Under the Sun, We Are. Song ist aber leider noch nicht draußen, man darf, man kann noch nicht reinhören. Wird vielleicht relativ kurz bevor die Sendung ausgestrahlt wird, eine Woche oder so vielleicht rauskommen. Oder vielleicht doch erst live dort Uhr aufgeführt werden. Fände ich an sich nicht schlecht, also dass schon vorab die Lieder so stark bekannt sind. Fände ich nicht gut. Von daher ist das hier eigentlich ein Pluspunkt, aber dieser Pluspunkt wird hier schnell weggemacht, war Laura Pinsky, das ist von 2012 eine, die beim Supertalent mitmachte. Und naja, wer das so kennt, da muss ja immer diese Tränen-Drüsen-Kacke geschoben werden. Und da sie als Kind einen Krebs hatte, Knochen-Irgendwas-Krebs, wurde natürlich das medial ausgeschlachtet, um sie zu einem Mitleidspublikum Liebling zu machen, damit auch möglichst viele anrufen, damit man möglichst viel an diesem Krebs verdienen kann. Aber naja, der Ralf Siegel hat sich wohl diese Dame geschnappt und hat mit ihr sozusagen dieses Lied produziert für den Eurovision Song Contest. Also der Siegel kann zwar Lieder produzieren und die sind an sich ja auch nicht schlecht, aber sie sind meistens auch 0815. Und naja, man kann übrigens von der Dame einiges an Covern auf YouTube hören, da hat sich hier und da mal was eingesungen, anscheinend selbstständig. Also singt an die Dame, gute Stimme, da braucht man nicht meckern. Aber naja, abzuwahl. Also ich bin da sehr skeptisch, also solches, ich sag mal sozusagen, ja, Bohlen, ich würde das einfach sagen als Bohlenüberbleibsel oder ja, Bohlenverwurstelung oder Bohlenverwertung oder sozusagen, oder sagen wir so, die Bohlenausgebranntheit solcher Leute. Also, ähm, ja, es ist, es ist, ähm, äh, ich hab da halt keine gute, sag mal, Vorahnung, also, und auch wenn man jetzt, ich sag mal, mit Ralf Siegel was macht, das ist ja kein Garant dafür, dass man weiterkommt, eigentlich eher so einer, dass man nicht weiterkommt. Von daher, ähm, für die Dame vielleicht nicht gerade der beste Weg, jetzt hier beim Eurovision Song Contest mitzumachen und dann auch noch mit Ralf Siegel, äh, so, wenn man wirklich musikalisch was machen will, wäre vielleicht ein anderer Weg besser, äh, ansonsten trifft es einen hier vielleicht eher wie, ähm, ja, die Dame vom letzten Jahr, wie hieß sie denn nochmal? Weiß man schon gar nicht mehr mit diesem Black Smoke. Ja, die kennt schon keiner mehr. Und das wird hier wahrscheinlich, denke ich mal, auch der Wahl sein, ähm, abgesehen davon, dass sie nicht mal eine Runde weiterkommen wird, denke ich.